Ja, hey, willkommen, mein Name ist DaniloLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Blade Kitten. In der letzten Folge hatten wir einen kleinen technischen Aussetzer, von dem ihr natürlich nichts mitbekommt, dafür sorge ich ja schon. Und haben die Level Nummer 4 geschafft und sind jetzt in Level Nummer 5. Wir sollen nämlich von dieser einen Lady hier ihre Freunde suchen, die irgendwo hin verschleppt worden sind. Ja, aber anscheinend scheint es denen nicht so schlecht zu gehen, weil die sich irgendwie nicht einmal beschweren und fragen, warum hab ich das nicht geschafft. Warum wir die befreien wollen, weil das da so schön ist und ja, keine Ahnung. Wir rennen trotzdem die restlichen Freunde und ich renne einfach durch, mir ist egal. Ich hab übrigens auch die neuen Leben Trophäe bekommen, wo man wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, neunmal in einer Level verrecken sollte. Das war knapp. Und da ist ein Kontrollpunkt, super. Wenn man dem aktivieren können. So, ich mach jetzt nochmal hier gucken, bei dieser einen Stelle. So, da war noch ein bisschen verdächtig, fand ich. Wir sind da irgendwie dann so einen komischen Helden nicht gewesen und irgendwas ist passiert. Was ist das? Keine Ahnung. Egal. Keine Ahnung, was da ist. Aber wir waren da. Weiter im Text. Ich will mal versuchen, nach oben irgendwie, mich dann festzuhalten. Ich glaube, schon wieder so aus, als wäre das möglich. Aber ich glaube, an den Dingern kann man sich gar nicht festhalten, ey. Nö. Ich glaube nicht. Ich wäre schon beinahe wieder da. Reingefallen. Ja, reingefallen. Ey, da ist irgendwie was. Helles. Wie du schwackst ab. Ah, hier ist Hotel. Wahrscheinlich war ich in dem Gebiet schon irgendwie fast drin, ne? Jetzt muss ich aber noch da rausgehen. Und gucken, wie ich hier jede einzelne Gasse untersuche, ne? So möglich. Und wie soll ich denn da drauf? Achso, okay. Wollte schon sagen. Oh, Riesenrad. Das Ding, da zieht auch so eine Linie, okay. So, das war noch einfach. So, hi, ne? Oh, es gibt... Es sind doch schon zwei jetzt, ne? Also, wenn ich speichere, dann kann ich nicht zur Level-Auswahl. Lass mich gucken. Äh, ja. Ein Datenpack und elf Truhen noch. Wop. Forgeil. Zum Glück durch einfach wie so ein Berserker hier durch die Gegend schlagen. Zur Sicherheit. Oder war ich irgendwie Probleme ab? Irgendwie sowas. So, lasse er mich wieder, bitte, da hinten lang. Perfekt. Sehr gut. So. Nein. Ich glaube, ich glaube, ich habe das verdammt kurz. Wir haben schon so viel gefunden, jetzt, ne? So, ein. Ja, wieder so ein. Zelle. Du musst uns raus aus hier. Was? Du willst nicht hier stehen? Sind Sie insane? Die Solars sind auf zu etwas. Richtig, lass uns raus. Ohne Truhe, geil. Win, get. Der Belohnung, Borkai. Level, äh, warte. Naja. Gibt da so einen Super Mario Sprung hier. Gibt man das gemeldet. Gibt man das gemeldet. Sehr gut, danke. Oh, traurig, wie die sterben. Ich habe zwar noch nie gespielt, aber diese Typen sehen irgendwie aus, als wären sie aus Halo entsprungen. Irgendwie so abgelehnte Halo-Soldaten. Also nicht spartaner oder irgendwie so sind sie auch so wieder Master Chief. Ich kenne irgendwie nur Leute, die das Spiel gespielt haben. Ich habe es nie gespielt. Doch, den zweiten Teil habe ich mal gespielt, glaube ich. Na, nur für kurze Zeit. Au. Ah, okay, ich weiß. Tut mir leid. Tut mir leid, Kit. Oh, da ist eine Truhe. Wie ist die da drin? Ist da auch eine? Sehr gut. Äh, war? Da ist nichts drin, okay. Na, sechs Minuten haben wir, okay. Ich hätte halt irgendwie nicht im Blickfeld die ganze Zeit. So. Wap. Ich habe bestimmt noch eine Level schaffen, ne? Wenn die jetzt nicht so lang ist. Ich glaube, ich habe die so lang ist. Ich hoffe, ich habe das jetzt schon gesagt. Ich glaube, die Level ist nicht lang. So. Oh. Was mache ich da? Ich habe mich da einsammelt. Danke. Ho, ho. Ne. Ich habe mich da durch. Ich nehme mal an, das hier ist optional. Ja, hier sieht es gefährlich aus. Das muss optional sein. Okay. Ja, ich kann ein bisschen in der Luft stehen. So, Matt. Ja, da möchte ich glaube ich nicht lang. Ach, ich habe es überlebt, oder? Ach, ich habe es überlebt. Sehr gut. Ich habe mal schon, da war vielleicht eine sehr blöde Idee. Aber bis ich hier raus bin. Und noch sieben. Wow. Nur ein Datenpack. Aber jetzt meinen die mit Schließer Episode 100% ab. Dafür komme ich auch irgendwie ein Kostüm. Was muss ich darunter verstehen? Ich kann mir auf jeden Fall wieder sehr gute Sachen kaufen. Obwohl, die werden eigentlich ganz schön teuer. Ich glaube, da kann ich mir immer noch nichts leisten. Die 200.000 Euro, so brauche ich jetzt standardmäßig. Und das hat mich voll überrückt getötet. Was? Was haben wir denn hier unten alles? Ja, das ist hier nicht so leistig. Gut machen, was? Was? Was macht dazu viel Schaden? Aufpassen, Kids. Au, ja, genau so. Man kann ja mit sowas rechnen. Auch da wäre es schon beinahe wieder passiert. Ich glaube, für sowas sollte ich mir echt so Gesundheit Upgrades kaufen. Wenn ich das Geld abwerte, hatte ich auch nicht. Und die Schatz-Tronn-Respawne ja auch nicht. Also, ja. Ich muss entweder von dem kleinen Zeug leben oder verdammt viele finden. Moment, da noch. Nix. Dann gehen wir mal da lang. Das war toll. Oh, Mann. So, dann nochmal. Aber diesmal richtig. Diesmal mache ich den Skill-Modus mal an. Skill intensifies. So. Ich spiele jetzt ganz schnell ganz gut. Ähm, ja. Keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, ausgerechnet da reinzupallen. So. Mal es einsammeln, das kann ja auch nicht schaden, ne? Am besten nicht da reinfallen. Irgendwann hat er freigeschaltet dadurch. Ne, okay. Komm mal da rein. Jo. Wo bin ich? Ach, ich bin wieder hier. Boah. Na gut. Ist eigentlich nicht so gelohnt, fand ich jetzt. Also ein paar Trouren. Warum muss ich jetzt an den komischen Traum denken, wenn ich letzte Nacht hatte? Möchte ich jetzt aber nicht von berichten. Doch, irgendwie schon, aber nee. Schon wieder zu krass. Ja, ich hab irgendwie so getrönt, dass so riesige... Da, wo ich wohne, da, wo ich früher gewohnt habe. Dass da irgendwie so ein riesiges Geschütz ist irgendwie. Und das hat irgendwie so sinnlos durch die Gegend geballert. Auf den Straßen und so. Das sah aus wie ein Condor. Und das war irgendwie merkwürdig. Da hat mit Schnee, glaube ich, geschossen. Oder mit Wasser. Auch noch. Was war die Bedeutung? Hat das? Kennt es jemand so hart aus? Oder habe ich irgendwie Probleme? Das ist natürlich auch sehr wahrscheinlich. So. Keine Ahnung, lass mir das mal. Okay, ich hab keine Lust, jetzt über so kranken Macken von mir zu reden. Nein! Boah. Wo kann ich da? Weil das da noch... Da ist irgendwas am Blinken. Man tut in die Kamera so nah rangehen. Da muss man nicht. Da gibt's noch nicht. Nein! Warum? Wieso? Weshalb? Nein, da auch. Da auch. Meine Güte. Wir haben jetzt sehr kurz, hab ich das Gefühl. Hab ich das schon erwähnt. Warte mal, kann ich hier runter? Ich stecke hier fest. Okay. Kann man während des Rutschens schlagen? Sieht sehr merkwürdig aus. Und da möchte ich jetzt hin. Und ich möchte dich töten. Weil darunter stirbt. Wat? Ist der explodiert? Warum? Der explodiert ist hier nach runtergeschmissen. Aber es ist so ein ganz alten Looney-Tools-Karton. Aber wie komme ich dahin? Ja, ich sehe schon. Sehr gut. Und jetzt bin ich den ganzen Weg runter. Da wollte ich nicht hin. Hier wollte ich hin. Irgendwo hier. Wart für Geräusche. Boah, viel Geld stattdessen. Ja, ich finde das gut. Jetzt können wir wieder ein paar Sachen hier. Die wir uns kaufen können. Hier stirbt. Hey. Achso, ich kann immer rennen. Hey, hey, hey. Oh, hey, na? Ich bin schon stark nach Level-Ende-Ausgleich. Dann möchte ich nochmal weiter zurück. Irgendwo da konnte ich runterspringen und ganz viel Geld und so bekommen hier. Autsch. So, nochmal weiter hier zurück. Dann haben wir, glaube ich, sogar beinahe alle Gschotztrunken gefunden. Ich finde es nur noch einen Skiff. Ne, ein Dart. Eine Daten-Disk, glaube ich. Da müsste auch irgendwo hier sein. Mal da oben gucken. Dum, 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 dum. Okay, mach das mal. Was auch immer das macht. Mach es. Aber. mit der laster ein daten ist eine daten ist zu sein auch nicht wie okay schon abgezogen was das gar nicht doch ist es warum überlappen sich so viele ereignisse ja wie bin ich jetzt keine ahnung oder welche durch ich will ausschießen ja wir sitzen jetzt level mäßig aus noch zwei trugel sehr geil und da ist die daten die spams haben wir die auch finde ich irgendwie wichtiger als die drohen hey ist da nicht mein ding wups ich war getroffen nö ok geil da ist ein goldfisch ich will den goldfisch er kann mich nicht davon abhalten das war einfach warum gehen wir eigentlich los habe ich irgendwie was habe ich überhaupt getan von anfang an ok ich habe mal ein ganz am anfang ihr geschlagen nur weil ich irgendwo hin wollte ganz ganz am anfang habe ich zwei trugen habe ich verpasst oder so oder ist eine ich denke mal schon ihr endes ganz kurz wir sind ganz kurz vor ende habe ich so 16 drohen finde ich meine letzte truhe anscheinend nicht oder außer da oben ist vielleicht noch was warum hat man nicht an ich habe eine verpasst da war noch was geil ok die elever haben wir geschafft die war ehrlich gesagt nicht so lange raus aus meiner pascha pose hier wow hey kid you gotta help us the squads took us by surprise and we've taken heavy losses and i care why maybe you guys should have found another planet to bully lady these kids are just doing their job i'm trying to keep them alive help us out i'll find someone else to preach to you sorry how can i help this troop has a message for the ok was neue gegner sehr gut okay wir helfen auf einmal diesen rot köpfen hat wenn du in der nähe eines gegners kalt zurück kannst du diesen da manchmal zusätzlichen und gar lässt sich schön und rüstung entfernen ja okay wir helfen auf einmal diesen roten kleid und typen warum auch nicht versuchen uns hier die ganze zeit schon zu töten also helfen mit dem war okay ich würde sagen wir kaufen noch ein bisschen ein also nicht was kann man kaufen wir sagen erst mal kostüme wird schwert dann haben wir ich kann mir die beiden sachen nachholen weil die augen wird sowieso alle weg ich habe letztens jetzt ein neues kopf deswegen wollen wir uns erst mal hier die upgrades noch haben wir wieder als näher und denn es ist kostüm wir haben abgeschlossen seit kohle schon immer so ich weiß ich weiß nicht gesund 80 80 also wir können bis zum ende spielt unsere ausdauer und unsere gesundheit verdoppeln und wir müssen echt 20 finden verdammt weiß vielleicht werde ich hier noch kurz vor ende irgendwie so mal versuchen so will die ist nur sechs truhen lang und 6 ja ich glaube die könnte ich auch noch in dieser aufnahmestation hier reinballern sehr gut dann würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten folge von let's play play kitten ich bleibe mich alle herzlich besuchen und sage tschüss bis zur nächsten folge wir sehen uns mal wieder